Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Hochzeit. Nummer 6. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Fotos der Hochzeit sind alle in diesem Album. Möchtest du sie sehen? Die Fotos der Hochzeit sind alle in diesem Album. Möchtest du sie sehen? Die Fotos der Hochzeit sind alle in diesem Album. Möchtest du sie sehen? Den Hochzeitsgästen stehen Freudentränen in den Augen. Den Hochzeitsgästen stehen Freudentränen in den Augen. Der Hochzeitstisch ist mit Kerzen und Blumen geschmückt. In wenigen Minuten werden die Gäste eintreffen. Der Hochzeitstisch ist mit Kerzen und Blumen geschmückt. Die Hochzeitszeremonie endet mit einem romantischen Kuss. Die Hochzeitszeremonie endet mit einem romantischen Kuss. Die Hochzeitseinladungen wurden rechtzeitig verschickt. Die Hochzeitseinladungen wurden rechtzeitig verschickt. Haben wir jemanden vergessen? Die Hochzeitsdekoration ist liebevoll ausgesucht und arrangiert. Gleich kommen die Gäste. Die Hochzeitsdekoration ist liebevoll ausgesucht und arrangiert. Gleich kommen die Gäste. Die Hochzeitsdekoration ist liebevoll ausgesucht und arrangiert. Gleich kommen die Gäste. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Hochzeitsdekoration ist liebevoll ausgesucht. Die Hochzeitsdekoration ist liebevoll ausgesucht.